Der hat mit dem Optiplex 7040M einen Mini-PC für unter 100 Euro, den möchte ich heute euch mal vorstellen, weil den habe ich genauer angeschaut. Wir vergleichen den mit anderen Mini-PCs, vor allem den Lenovo 910Q Tiny, den ich auch schon ausführlich getestet habe, aber eben auch mit den einen Platin-Computern, den aktuelleren Raspberry Pi 5 plus dem Vorgängermodell Raspberry Pi 4. Schon rein optisch sieht man auf den ersten Blick vorne, dass die Ähnlichkeit zum Tiny sehr sehr hoch ist, der Aufbau ist komplett der gleiche, es sind die gleichen Anschlüsse vorhanden, jeweils einmal 3,5 Zoll Klinke für ein Mikrofon plus ein Kopfhörer, dazu noch zwei USB-Anschlüsse. Das M in der Modellbezeichnung steht für Micro und ist wichtig, weil es die Dell Optiplex auch in einer größeren Variante gibt, die haben dann kein M hinten dran. Auf der Rückseite ebenfalls eine gewisse Ähnlichkeit mit zwei deutlichen Unterschieden. Erstens haben wir einen HDMI-Anschluss, das finde ich sehr praktisch, der Tiny hat nämlich nur Displayport, da braucht man dann teilweise Adapter, weil das nicht alle Bildschirme unterstützen bzw. keine Kabel mitliefern. Ebenfalls erfreulich, dass alle vier USB-Anschlüsse blau sind, das heißt wir haben die neueren USB 3.0. Das Öffnen ist ebenfalls ziemlich ähnlich zum Lenovo Tiny, hier hat man Details verbessert, die Schraube hinten ist mir aufgefallen, beim Tiny kann man die komplett rausnehmen, entfernen, man muss dann aufpassen, dass man sie nicht verliert. Hier ist sie im Gehäuse eingebaut, die löst man nur, sie bleibt stecken, so kann man die nicht verlieren. Das sind kleine praktische Details, interessanter ist aber das Innenleben. Fangen wir mit dem festen Speicher an, hier haben wir zum einen die Möglichkeit per SATA eine 2,5 Zoll SSD oder Festplatte anzuschließen, kennen wir vom Tiny, da gibt es so einen kleinen Käfig dazu. Oder aber über M2, dafür gibt es zwei M2-Anschlüsse, jedoch mit unterschiedlichen Maßen, wie uns auch das Datenblatt verrät. Einmal haben wir 22x30 mm und 22x80, die 80er sind so der Standard für PCs, da gibt es am meisten Auswahl. Das Datenblatt ist da ein bisschen überschaubar, wenn man in dem Handbuch guckt, da ist ab Seite 37 das Ganze hier genauer beschrieben, da kann man nämlich nachlesen, dass dieser große 80er-Slot, der ist für eine SSD vorgesehen. Beim anderen kann man WLAN nachrüsten, das ist beim Tiny auch ähnlich, man kann dort ein Modul kaufen, das einbauen, eine Antenne anschließen. Hier kann man das mal beispielhaft sehen, die Antenne ist hier nicht außerhalb wie beim Tiny, sondern die kommt hier hinten ans Gehäuse, das hier an der Außenseite befestigt wird. Diese in der Dokumentation erwähnte 8.2.60 WLAN-Karte von Intel, die gibt es aber auch für andere Geräte, darum kann man die in freien Shops kaufen, hier zum Beispiel jetzt einer im Ausland, die gibt es aber auch günstiger auf zum Beispiel Ebay. Da kann man sich hier Gebrauchte kaufen, schon ab 9 Euro mit Versand. Natürlich braucht man hier noch die Antenne, da muss man dann ein bisschen aufpassen. Auch aus dem Grund, weil es die teilweise eben auch für andere Geräte gibt mit externer Antenne, die man dann hier nicht gescheit befestigen kann. Der innere Aufbau ist ähnlich, aber nicht identisch zum Tiny. Der 2,5-Zoll-Käfig, der wird zum Beispiel durch Zusammendrücken zweier Plastiknasen aus dem Gehäuse gezogen. Die Anweisungen sind aufgedruckt, der Ausbau funktioniert relativ einfach, wenn man das aber wieder reinschieben möchte, finde ich das etwas fummelig, dann muss man schon genau gucken, dass die unten bei der Nase immer passen, das sieht man halt leider nicht. Da braucht man immer ein paar Versuche, das fand ich bei Lenovo einfacher. Unter dem 2,5-Zoll-Käfig befinden sich zwei M2-Anschlüsse, bei denen man offiziell zumindest in einem eine SSD anschließen kann. Der Arbeitsspeicher ist rechts unter dem Kühler vom Prozessor montiert, auch das war bei Lenovo anders. Die hatten unten nochmal eine Klappe, die man aufschieben kann, dass man dort eben Speicher, sowohl den Rahmen als auch den festen Speicher, also die SSD, die M2-SSD unterbringen kann. Hier also ein bisschen schwieriger da ranzukommen. Verbauen kann man laut Datenblatt-Module mit 2133 MHz. Es gibt zwei Steckplätze, die können jeweils mit 4, 8 oder 16 GB bestückt werden. Danach kommt man auf ein Maximum von 32 GB mit zwei 16er-Modulen. Wenn man beim Start beim Dell-Logo F12 gedrückt hält, dann gelangt man in die Start-Optionen, die könnt ihr hier sehen. Das fände ich schon beim Teilen hier ziemlich praktisch. So ist man nicht direkt im BIOS, sondern hat hier so eine Art Übersichtsseite, wo man jetzt zum Beispiel sagen kann, ich möchte temporär die Startreihenfolge ändern, jetzt auf eine bestimmte SSD zum Beispiel, wenn ich da jetzt extern von einem Speichermedium starten möchte, ohne das dauerhaft umstellen zu müssen. Natürlich kann man hier aber auch sagen, nee, ich möchte ins BIOS abspringen, wenn ich dort irgendetwas umstellen möchte. Alternativ kommt man auch mit F2 direkt ins BIOS. Ich bin jetzt hier über das Start-Menü reingesprungen. Sieht irgendwie aus wie eine Kreuzung von Windows und Linux von vor 20 Jahren. Man hat hier die Einstellungen gruppiert, zum Beispiel General, die kann man hier mit dem Minus auf- und zuklappen, muss man aber immer treffen, das ist gar nicht so einfach. Dann kann man das hier ein- und ausklappen, auf die Einträge klicken, rechts finden sich dann die Informationen oder die Einstellungen, zum Beispiel bei der Startreihenfolge. Man kann es auch mit dem Falltasten bedienen, das ist dann teilweise ein bisschen angenehmer. Auch wenn es recht ungewohnt ist und die Schriftgröße etwas größer sein könnte, gerade die Mauselemente hier, die man treffen soll, finde ich es doch ganz in Ordnung. Funktionell hat man hier alles, was man braucht. Außerdem gibt es an fast jeder Stelle unten so eine Box mit Hilfetexten, die dann auch den weniger versierten Leuten ein bisschen erklären, was findet man hier, das ist ganz gut. Bei manchen Gnullierungsdistributionen, wie zum Beispiel Ubuntu, gibt es hier ein Fallstrick und zwar findet ihr hier unter System Configuration den Punkt SATA Operation. Hier gibt es die Möglichkeit RAID ON, also RAID zu aktivieren. Wenn ihr das einschaltet, dann kann zum Beispiel Ubuntu sich nicht installieren, das gibt eine Fehlermeldung. Deswegen, falls es auf ON stehen sollte, hier auf AHCI setzen, dann funktioniert das problemlos mit Gnullinux. Das ist auch nicht wirklich ein Verlust, ein RAID mit zwei Laufwerken, das muss nicht unbedingt sein, da gibt es bessere Möglichkeiten. Wer unbedingt noch Windows 11 benutzen muss, der kann hier mal bei Security schauen, wegen der TPM-Pflicht. Da gibt es einen Punkt hier mit TPM, da seht ihr schon, 1.2 ist also offiziell hier nicht von Microsoft unterstützt. Das geht nur mit diversen Hacks, wo ihr halt dann darauf angewiesen seid, dass Microsoft euch da nicht irgendwann aussperrt. Leistungstechnisch fällt auf, da steckt ein Intel Core i5-6500T drin und damit genau der gleiche wie beim Lenovo Tiny M910Q. Er hat vier Kerne mit vier Threads, die sind auf 2,5 GHz getaktet, dazu gibt es die Möglichkeit des Turbos auf 3,1 GHz. Der Prozessor kam 2015 auf den Markt und ist daher zum Erstellzeitpunkt von diesem Video ca. 9 Jahre alt, aber wie ich schon in vielen vorherigen Videos erwähnt habe, sind 10 Jahre bei heutiger Hardware kein wirkliches Alter. Die Systeme haben immer noch genug Leistung, da tut sich nicht so extrem viel, dass man damit nicht mehr gescheit seine Arbeit erledigen kann. Beim Streamen von YouTube-Videos in 1080p, also Full HD zum Beispiel, kommt er auf eine Auslastung von 15 bis 20%, also wären noch genug Reserven da, um jetzt nebenher noch irgendwas anderes laufen zu lassen. CPU-Benchmark.net bescheinigt ihm über 4.700 Punkte im Benchmark-Test. Zum Vergleich, ein Raspberry Pi 4 liegt mit 852 Punkten weit abgeschlagen. Das tut ihr nicht überraschen, aber wie sieht es mit dem Raspberry Pi 5 aus, der ja erst vor wenigen Monaten erschienen ist? Er schafft mit über 2.100 Punkten erstmals ein vierstelliges Ergebnis. Damit ist er immer noch deutlich langsamer als der i5. Dell, aber der Abstand, der schrumpft, statt wie der Raspberry Pi 4 fünfmal langsamer, ist der Raspberry Pi 5 bloß noch etwa 2,3 mal langsamer. Leistung ist hier also genug da. Selbst ein Windows 11 läuft zügig, wenn man die von Microsoft erzwungenen Anforderungen umgeht. Du, Linux sowieso, die brauchen ja meistens weniger Ressourcen, da ist das gar kein Problem. Wichtig ist mir bei den Tests ja auch immer der Energieverbrauch. Das ist, denke ich, selbsterklärend, vor allem bei 24-Stunden-Betrieb, da macht das richtig was aus. Diesmal habe ich es sogar mit Windows ebenfalls getestet. Die Kurzfassung ist, bei Windows 10 am schlechtesten, Windows 11 ist weniger schlecht. Am besten bei GNU Linux. Hier habe ich es getestet mit Linux Mint. Da haben wir im Leerlauf bloß gut 9,5 Watt. Das ist hier am besten. Also da hat Microsoft mal wieder eine schlechtere Optimierung. Und das, obwohl Linux Mint sogar nicht den aktuellsten Kernel hat. Da kann eventuell sogar mit dem neueren Kernel nochmal ein bisschen mehr rausgeholt werden. Werfen wir einen Blick in die Daten. Die habe ich hier wieder in ULabs im Forum zum Nachgucken. Da gibt es einen Thread Stromverbrauch verschiedener elektronischer Geräte. Hier habt ihr die von meinen Tests, plus eben noch weitere Geräte, die jetzt aus einem anderen Technikumfeld kommen, aber keine Computer in dem Sinne sind. Da kann man die hier schön angucken und vergleichen. Wir machen das mal größer. Und ich nehme hier mal die ganzen anderen raus, damit es jetzt hier zum Vergleich besser ist. Da kann man das ja sehr schön mit dem Tiny vergleichen. Zum einen im Leerlauf. Da habe ich auch nochmal das bei Pi 4 mit reingenommen. Da ist ganz klar, der Dell liegt da weiter vorne. Das ist hier, wie ihr sehen könnt, bei allen Disziplinen so egal, ob jetzt im Leerlauf, beim Surfen, jetzt gemessen mit Streaming von YouTube-Videos oder unter künstlicher Volllast. Da ist immer eine kleine Diskrepanz dazwischen, wo eben Lenovo besser ist und der Dell etwas schlechter. Das sind deutlich messbare Unterschiede, die aber auch nicht im dramatischen Bereich liegen. Bei 24,7, da sieht es schon anders aus. Wenn ihr hier zum Beispiel mal guckt, im Leerlauf sind das hier 35 Euro pro Jahr, die der kosten würde. Beim Tiny dagegen nur gute 20 Euro. Sind also grob überschlagen 15 Euro Unterschied. Das macht bei mehreren Jahren Laufzeit schon einiges aus. Preislich habe ich ihn für 99 Euro mit Versand bekommen, in wiederaufbereitetem Zustand, also ein gebrauchtes Gerät, das geprüft wurde, hier mit 8 GB Arbeitsspeicher und einer 240 GB SSD. Das hier war eine SATA-SSD. Gemessen habe ich das Ganze aber mit M.2 SSDs, damit es vergleichbarer ist, weil ich die beim Tiny auch drin hatte. Die Ähnlichkeit zu Lenovo's Tiny ist groß. Es gibt kleinere Verbesserungen. Dafür muss man aber auch mit dem einen oder anderen Nachteil leben. Als Desktop oder zur Nutzung am Fernseher ist das vollkommen okay. Da fallen die paar Watt mehr auch nicht so sehr ins Gewicht. Vor allem preislich lohnt sich das im Vergleich zu einem Raspberry Pi. Der kostet mit vergleichbarem Zubehör ungefähr gleich viel, teilweise sogar noch mehr. Für den Dauerbetrieb als Heimserver, da würde ich aber dann noch zumindest den Tiny bevorzugen. Das macht sich hier bezahlt, dass der weniger Strom verbraucht. Wenn der Dell Optiplex nicht das Richtige für dich ist, schau mal hier an der Seite. Ich habe schon einige andere Mini-PCs und auch komplette PCs getestet. Da gibt es jeweils ein Video und einen Beitrag zu. In jedem Falle wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.